Weltmeister! Und hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Roma PSLP mit dem Archi-Besitzer Das interessiert keinen, was du zu sagen hast Also halt den Mund! Das ist ein bisschen akro Ja, weil er ihm die erste Aufnahme versaut hat Ja, kack! Und heute war er wieder ein Ja, das ist eine Map, die ich vor ein, zwei Jahren mit einem Freund angefangen habe Ja, und seitdem eigentlich nichts dran geändert hat, außer dass ich noch etwas dran dazu gebaut habe Und ein wunderschönes Schneegebiet Und was fehlt da? Das Schneeresort! Jippie! Ja, wir haben ein Hotel gebaut mit Ja, das ist der Sessellift, also der Skilift Da hinten ist noch eine Sprungschanze, das ist das, was ich dazu gebaut habe Wie geht denn die? Also ungefähr so Man sprintet Die Treppen runter Und dann muss man abspringen Ja, und ich habe es über die blaue Linie geschafft Weltmeister! Ja, ich habe heute eine 2 im Hochsprung gemacht Wer es nicht weiß Die Latte war ungefähr so hoch wie ich Und er nun? Da unten ist irgendwas, wo ich mal was verzaubert habe Und ein Crafting Bench und ein Hühnchen! Hühnchen müssen sterben! Hühnchen müssen sterben! Hühnchen müssen Achja, und? Was auch nicht fehlen darf? Was? Hier hatte ich da Marrake noch rein gefasst Das Gefängnis! Ah, verhast du da drin noch? Ich will hier durch! Was? Hier hatte ich da Marrake noch rein gefasst Das Gefängnis! Ah, verhast du da drin noch? Ich will hier durch! So, und dann hier ein Leiter hochgefunden So, willkommen in der Bergaststube Ein kleines Restaurant, was ich auch gebaut habe Bin ich eigentlich ziemlich nett hier Mit dem kleinen Tischchen und dem Blasting Und manche werden jetzt wahrscheinlich denken Ja, halt die Fresse, zeigst du uns Okay, Ofen Alles, was man braucht So, und dann hier ein Leiter Einleitung, Speisekarte So, Einleitung Einleitung, Speisekarte G, Gold E, Eisen Fertig Ja, die anderen 4 habe ich noch nicht geschrieben Dafür die hier Noch nicht Oh, und da klingelt gerade ein Handy hier Schön Fuck, ey Sorry Speisekarte Gebratenes Huhn Zwei Gold Gebratener Fisch Ein Eisen Brot Erztes Stück kostenlos Und Pilsuppe Drei Gold Aber eigentlich hatte ich die hier schon beschriftet, ne? Ja Signieren Von Buchtitel eingeben Speisekarte 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 Karte Signieren und schließen jetzt heißt ich gar nicht weil ich mit meinem ein account drinnen bin nämlich im hallo account das andere war von der harry das war ein alter account name ja da war ich noch so im pizmi trausch und eigentlich immer ja die nirgendwo bei den karten ja so wie das will ich jetzt noch schnell machen aber muss leider sein jeder youtuber macht mal fehler bei bei den sieben kann und schließen fertig so Oh! Speisekarte, 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 Speisekarte. Oh, da hab ich's klein geschenkt. Egal. Einleitung. Klein. Hier hatte ich's auch schon geschwimmen, glaub ich. Endlich auch alle drei gleich nehmen. Wer's kennt, fast nicht verpennt, ähm, falls ihr Ichbox kennt, es hat vor ein paar Tagen für Minecraft wieder ein neues Update gegeben für die Xbox, was sehr gut ist. Weil, sonst gab's ja nur die, ich glaub, 1,5, ja, guck mal. Und jetzt gibt's hier schon die 1,6, 3, äh, die 1,6 oder so. What? Und die können immer noch so scheiße schnell fliegen, wenn die aufsprinten wollen. Ah, es war kacke. Das ist völlig kacke. Hier braucht man diesen, äh, wie heißt, Smart Moving Mod. Habe ich auch drin, aber was soll's. Eie Leute, äh. Ja, ähm, falls ihr mein kennt, oder irgendwo schon mal gehört habt. Ich sag mal, einfach Schokoschnaps. Ähm, wir haben da so n Kumpel, Schokoschnaps. Er let's playt auch. Ja. Let's mich mal. nur ein paar Videos, aber es kommt noch. Aber ihr könnt hier mal versuchen, ihn zu finden. Es wird aber sehr schwer, weil man findet ihn kaum. Ja, und er hat auch noch kein richtiges Aufnahmeprogramm drin. Heiß. Er hat es mit dem Handy auf einem Ständer oder so aufgenommen. Also Ständer weiß ich, weiß ich jetzt nicht pervers. Nur zur Info. Ach ja. Oh, hier steht immer noch so ein Schnee-Golem. Wovon ich mal tausend erschaffen habe. Und hier sehen sie einen eingesperrten Schnee-Golem. Hier werden sie gefoltert und irgendwann sterben, wenn die Eiszeit vorbei ist. Und das Okay, und dann zeige ich euch noch schnell den Hörbuch. Das ist der. Und jetzt sind wir da hochkommen. Ja, ihr werdet es schon ahnen. Mit dem Füßen. Nein. Wieso sind die hier eigentlich offen? Naja, stimmt. Sind sie ja. So, das ist die Eintrittskarte und gleich müsste es kommen. Das ist mein Card. In your face. Bam. Hallo. Mein Card. Da kommst du. Nein, ich werde dich nicht vergessen. Ja, das war gerade fail. Und da verschwindet es wieder. Da muss ich ein Papier auf der Hand nehmen. Stimmt. Die hat 60 EP, warum auch immer. Boah, warum wir mal hier ein bisschen rum, wa? Ich bin ein Baby. Ich bin Master Chief, weil ich kann alles. Du kannst gar nicht. Ha, die ist es dann. So, genießen Sie die Fahrt. Und? Ihr Ärsche. Ja, bei mir hat es viel Spaß. Bei mir hatte ich hier vergessen, so ein Hebel umzulegen und habe mich einfach wieder zurückgefahren. Ich will hier raus! Ach, es ging zu stehen, sehr gefährlich. Ach, was? Das kann hier gar nicht sein. Ihr Kockere und der Eingang er hat sich immer noch ein Skelett Kopf Klingel Klingel ein schöner naja ist ja Downzug also nicht Aufzug sondern Runterzug und hier ist hier ist ein Zimmer mit Bücher Eike zwei Betten und auch einen Wasser Wasser Wasserhahn so hier gibt's dann den Ofen und alles was man so braucht und eine Druckplatte die Leute da gibt's und hier ein Müllschacht da können wir mal kurz demonstrieren bitte nicht einspringen was erwartet man was erwartet man es ist Lava ja weil Lava äh weil was durch diesen Müllschacht fällt nicht wiederholbar ist und ja Lava so ja hier noch ein weiteres ach ja ich hab die wunderschöne Ausblick nicht gezeigt aber ihn werde ich nur im ganz obersten Stock zeigen das ist immer am schönsten ja ja sonst sieht's in den Zimmern eigentlich immer gleich aus auch hier habe ich ja noch nicht mal die Treppen gemacht ja 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 ich fliege jetzt hoch weil ich zu voll bin und es wird gerade Abend du kannst du kannst du kannst du kannst du kannst du kannst bitte nicht runterspringen ich hab ein Chi drin, ich kann den Ball rauchen bitte nicht runterspringen, was? Kohle, mein aller Freund, jetzt hau ich die ein, aber richtig so ich glaub dazu brauch ich ihn dir schon ich glaub dazu brauch ich ihn dir schon ich glaub dazu brauch ich ihn dir schon ein sehr schwer ein Diamante boah, jetzt mach ich dir hier aber Opfer, Mann ich mach die Opfer dann droppt ein, drei drei Leute drauf, bläh, ja also ich würd sagen bleibt Vorstellung einfach wenn sie euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentare geben und schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt vielleicht eine neue Map vielleicht sollen wir auch mal für euch bauen und das dann vorstellen wir wissen es nicht weil er hat uns das nicht sagt das finde ich ganz schön traurig ja und jetzt der Abzug die hat ich mal Tieren drin, egal bitte schreibt uns in die Kommentare niemand hat gemerkt, dass ich hier bin okay schnell weg hier und das wird ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht ich bin nicht ja, das gibt es nun dann der zeigt lustige Videos, ja ähm sagt er so ich bin so auf dem Hochhaus Hotel also auf dem Hohenberg Hotel steht da ist da so ein Zaun ganz kleiner bitte nicht rüber springt was denn noch bedeuten was ist springt ich gehe einfach weiter dort schneide dann den Zorn auf und runter und sagt was ist jetzt los ich heiße Manfred, Manfred Manfred Schiet voll der Schieter ja ich sag du danke mir schon mal für's zu zuschauen und schau bis bald Leute scheiße falsche Tasse wo war jetzt die ach ach